Ist es normal, während der Schwangerschaft Kolostrum zu produzieren? Es ist normal, während der Schwangerschaft Kolostrum zu produzieren. Die Produktion von Kolostrum beginnt normalerweise im zweiten Schwangerschaftsdrittel. Bevor die Brüste Milch produzieren, produzieren sie Kolostrum, eine nährstoffreiche Substanz, die zur Deckung des Ernährungsbedarfs eines Neugeborenen beiträgt. Außerdem kann Kolostrum dem Neugeborenen helfen, Infektionen abzuwehren und bei der Verdauung zu helfen. Da Kolostrum eine geringe Menge Neigung hat, muss das Baby möglicherweise alle paar Stunden stillen. Da viele schwangere Frauen nicht wissen, dass die Produktion von Kolostrum während der Schwangerschaft normal ist, sind sie oft überrascht, wenn ihre Brüste beginnen, die gelbe, dicke Substanz auszudrücken. Obwohl Kolostrum normalerweise gelb ist, kann es manchmal klar erscheinen. Kolostrum enthält Eiweiß und ist reich an Antikörpern, die das Immunsystem stärken können. Es mag den Anschein haben, dass das Baby bei jeder Fütterung nur geringe Mengen Kolostrum erhält, aber die Menge reicht normalerweise aus, um Vorteile zu erzielen. Die Produktion von Kolostrum während der Schwangerschaft beginnt manchmal erst kurz vor der Geburt. Es wird weiter stimuliert, wenn das Baby mit dem Stillen beginnt, da das Stillen dazu führt, dass es mit der Muttermilch ausgedrückt wird. Neugeborene bekommen manchmal eine sogenannte Gelbsucht, die durch eine Gelbfärbung der Haut und der Augen gekennzeichnet ist. Obwohl in der Regel mild, kann Gelbsucht durch eine Erhöhung des Bilirubinspiegels Komplikationen verursachen, wenn sie nicht behandelt wird. Kolostrum kann helfen, Gelbsucht zu verhindern oder zu reduzieren. Da die Produktion von Kolostrum während der Schwangerschaft manchmal mit Muttermilch verwechselt wird, stellen schwangere Frauen häufig die Frage, warum sie Muttermilch abgeben, bevor die Entbindung tatsächlich erfolgt. Dies ist ein häufiges Anliegen und für die betroffene werdende Mutter leicht zu erklären. Gelegentlich kann das Stillen eine Herausforderung für die neue Mutter sein. Manchmal haben Neugeborene Schwierigkeiten, sich an der Brust zu befestigen, wenn sie das erste Mal mit dem Stillen beginnen. Mit Übung und Geduld wird die stille Herausforderung im Allgemeinen ohne Komplikationen bewältigt. Die Menge an Kolostrum, die ausgedrückt wird, ist im Vergleich zu der Menge an Muttermilch gering. Da Kolostrum so dick und reichhaltig ist, wird es das empfindliche Verdauungssystem des Babys reizen, große Mengen davon zu sich zu nehmen. Tatsächlich kann Kolostrum das Verdauungssystem so stark beeinflussen, dass es häufig den ersten Stuhlgang eines Babys im stillenden Baby fördert. Bestimmte Babys vertragen jedoch möglicherweise keine Muttermilch. In diesen Fällen kann der Kinderarzt nahrhafte Alternativen in Form von handelsüblicher Babynahrung empfehlen.